Meine Damen und Herren, der größte Vorfall menschlicher Altbildung ist und bleibt der Beruf des Sozialarbeiters. Wir haben über diesen Beruf ein äußerst sexistisches Lied geschrieben, es heißt Sex mit dem Sozialarbeiter. Ja, in unserem Jugendheim, da geh ich sehr gerne rein, denn da ist ein Mann, den ich nicht vergessen kann. Er ist fertig und benennt, gerne ich bei ihm im Bett. Dieser Mann mit und mit Scham macht mir diese Wäsche wahr. Sex mit dem Sozialarbeiter, Sex mit dem Sozialarbeiter, Sex mit dem Sozialarbeiter. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020